Woran denken Sie, wenn Sie Toyota hören? Sie denken an Hybrid, an eine große Modellvielfalt, vielleicht auch an singende Affen. Aber ganz bestimmt denken Sie nicht an Nutzfahrzeuge. So geht es auch Handwerkern und Flottenentscheidern. Eine Herausforderung, die wir mit einer etwas anderen Einführungskampagne der neuen Nutzfahrzeuge Hilux und Pro Ace angehen wollten. Wir sprechen die Handwerker direkt an. Lassen Sie gegeneinander antreten und die beiden Fahrzeuge auf Herz und Nieren prüfen. In einem echten handwerklichen Umfeld, bei der großen Toyota Handwerksmeisterschaft. Zwei Online-Filme mit unseren beliebten Toyota-Markenbotschaftern Axel Prahl und Jan-Josef Liefers machen die Aktion auf YouTube und in sozialen Netzwerken bekannt. Als Handwerker zeigen sie auf unterhaltsame Art, wie man es besser nicht machen sollte. Der Aufruf an die echten Handwerker lautet, macht es besser. Eine Roadshow, Videobanner, Anzeigen, Mailings sowie Ambient und POS-Maßnahmen unterstützten diesen Aufruf. Alle Werbemittel verlinken auf das Herzstück der Kampagne, die Microsite. Mit beiden Online-Filmen, allen Informationen zur Aktion, einer Anmeldemaske und einer Galerie aller bereits angemeldeten Handwerksbetriebe. Die Teilnehmer konnten sich mit einem Bild und einem Statement bewerben. Alle Beiträge erschienen in einer integrierten Galerie mit Voting-Funktion. Die elf Handwerksbetriebe mit den meisten Stimmen durften nach Köln zu einem spannenden zweitägigen Final-Event, bewirtet von TV-Korch Mario Kotaska und angefeuert von Axel Prahl. Dort ging es in verschiedenen Disziplinen um handwerkliches Geschick, strategische Fähigkeiten und fahrerisches Können. Immer dabei und hautnah erlebbar, die Nutzfahrzeuge von Toyota, der Hilux und der Pro Ace. Die Entscheidung um den Titel fiel am zweiten Tag in der Lanxas Arena. Ein PR-trächtiges Event vor fast ausverkauftem Haus bei einem Heimspiel der Kölner Haie. Das gesamte Event war für alle Handwerker ein voller Erfolg und hatte am Ende mehrere Sieger. Die vier klebrigen Folieros aus Nordwalde und Toyota selber. Mit insgesamt einer Million Video-Views auf Facebook und YouTube, Hunderten von Bewerbungen und Tausenden von Votes auf unserer Microsite, 65.000 Car-Chapter-Visits mit über 14.000 Car-Konfigurationen im Kampagnenzeitraum und einer signifikanten Steigerung im gesamten Verkaufsprozess. Handwerker wissen also nun, dass sie auch bei Nutzfahrzeugen zukünftig an Toyota denken können.